Lieber dick angezogen mit Fell oder besser leicht bekleidet? Das war schon im Mittelalter die tägliche Frage. Auf dem Festspektakulum in Worms war man mit historischem Gewand auf jeden Fall gut angezogen. Bei Stockbrot, Musik und Gauklerunterhaltung ließen es sich die Mittelalter-Fans gut gehen. Wie gut es beim Wetter weitergeht, dazu jetzt Sven Platt.